Kate, lässt du dir die Brust verkleinern? Vor kurzem machte Kate Upton eine Bemerkung, die viele Leute ins Grübeln brachte, aber auf einmal hatte sie gar nichts mehr zu sagen. Kate, also Kaylee Cuoco sagte, dass ihre Brust-OP das Beste war, was sie jemals getan hat. Wie fühlt sich das für dich an? Vor kurzem erzählte Kate The Sun, dass sie sich wünschte, ihre Brüste wären kleiner. Sie sagte, sie trägt gerne Bikinis und mag es, Tops ohne BH zu tragen. Aber wir schätzen, bei ihrer üppigen Größe könnte das etwas schwer sein. Das 21-jährige Model ist für ihre Kurven bekannt, aber sie sagt, es wäre alles einfacher, wenn sie etwas kleiner wären. Und seit sie diese Kommentare machte, fragen wir uns, ob sie es wirklich so meint. Aber am Flughafen von Los Angeles schwieg sie zu dem Thema. Vielleicht glaubt sie, dass sie schon zu viel sagte. Vielen Dank.